Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 3. Juni Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 14 Er war nie besonders hervorgetreten in der höheren Schule, die er besuchte. Der junge Mann hatte eine feine, stille Seele, und über alles liebte er edle Musik. Wenn er am Klavier saß, konnte er die ganze Welt vergessen. Der schreckliche Krieg riss ihn nach Russland. Von dort kam er nie mehr zurück. Oft muss ich an ihn denken, und dann fällt mir ein, dass er ein Lieblingsgebet hatte. Das hieß so Schenke her, auf meine Bitte, mir ein göttliches Gemüte, einen königlichen Geist, Mich als dir verlobt zu tragen, allem anderen abzusagen, was nur Welt und Sünde heißt. Das ist wirklich ein wundervolles Gebet, und es drückt das aus, was der Apostel meint mit dem Wort, welcher der Geist Gottes treibt. Wir haben oft so einen armseligen Christenstand. Da gibt es keine Freude am Herrn. Da handelt man beständig mit Gott. Darf ein Christ dies tun? Oder muss er jenes lassen? Da passt man sich beständig ängstlich der Welt und ihrem Geist an. Oder man sitzt im Winkel und jammert nur über die Schlechtigkeit der Welt. Unser Textwort zeigt uns einen Christenstand, völlig anderer Art. Da lebt man wohl im Hause dieser Welt, hat Teil an ihren Nöten und Aufgaben. Aber man lebt gewissermaßen in einem anderen Stockwerk als die meisten Menschen. Man weiß sich Gott blutsverwandt, weil man durch Jesu Blut für Gott erkauft ist. Und nun lässt man dem Heiligen Geist Raum. Er treibt. Er gibt Freude am Vater und am Bruder Jesus. Dem will man sich angleichen. Der gibt die Maßstäbe. Man bekommt einen königlichen Geist. Herr, führe uns in die Freiheit der Kinder Gottes. Lass uns näher bei dir als bei der Welt leben. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen. 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 Vielen Dank.